cool sehr cool sehr interessant da habe ich doch glatt wieder news für euch welche das seht ihr gleich nach dem intro servus und hallo ich bin der bricke und heute habe ich wieder ein bisschen news für euch und zwar es geht mal wieder um bricke beziehungsweise das bricke designer programm ich habe ich ja da schon ein paar mal drüber berichtet die series 1 da habe ich euch das letzte mal gesagt welche sets letztendlich im crowdfunding landen da ist momentan die überarbeitungszeit und hier ist es so dass diese fünf setze ich damals gezeigt habe mit februar nächsten jahres einem crowdfunding land und dort dann bestellt werden können so es ist allerdings jetzt so series 1 ist natürlich nicht die einzige series 2 da war vor einiger zeit die abstimmung und es ist jetzt so die entscheidung über die fünf sets die in der series 2 umgesetzt werden oder crowdfunding landen diese entscheidung ist jetzt getroffen und diese sets möchte ich euch heute vorstellen gleich vorweg auch diese sets werden mit den designern nochmal überarbeitet um sie eben massentauglich zu machen dass sie gut baupass sind und so weiter und so fort die anleitungen vielleicht noch überarbeitet das heißt auch hier wird es ein bisschen dauern bis die in crowdfunding landen aktuelle info juni nächsten jahres also im februar crowdfunding series 1 im juni dann crowdfunding series 2 ja fangen wir mal an ich blende euch da dann bilder ein direkt von brickling selbst das erste set was umgesetzt wurde oder wieder im finale gelandet ist ist die logging railway vom designer ts 25 wir haben hier einen kleinen zug dampflok eine kleine antender einen holztransporter und einen ich nehme mal an dürfte einen kleinen personenwagen darstellen auf einer brücke das ganze hat ein bisschen angehauchten wild west stil finde ich ganz gut gemacht finde ich echt nett umgesetzt es sind auch drei minifiguren dabei eine kleine ketten säge ein bisschen grün zeugs und eine dieser minifiguren stellt mit anscheinend einen banditen da weil er eben hier dieser typische wild west hals tuch um den mund hat 260 teile unterschiedliche insgesamt sind 2706 teile in 26 farben und zwei sticker sollen dabei sein in der beschreibung steht drinnen also im prinzip der planter and children logging company ist eine erfundene company basierend auf zentral oregon in usa dieser railway war gebaut um große stämme vom wald in die stadt beziehungsweise dort zur sägemühle sägewerk bringen zu können die arbeiter wurden damit transportiert und eben auch die ganzen werkzeuge logischerweise die lokomotive ist genannt toto die älteste lokomotive im service von dieser railway eine 040 lokomotive 040 das habe ich letztens gelernt weil der liebe horst brot baut auch gerade bei sich im stream auf twitch die big boy von lasty und da ist es auch so dass der so eine bezeichnung haben ich glaube 4884 und das ist nicht die bezeichnung von der log selber sondern im prinzip von den rädern 040 heißt null räder ganz vorne vier in der mitte also zwei achsen im prinzip und null hinten das ist eine eher kleinere log wurde gebaut in den 1890er jahren ist eine typische lokomotive aus dieser zeit ja hinter der lokomotive ist ein ok was sollst du erst die beschreibung lesen bevor man auf mutmaßung macht ist ein flacher kratransporter mit einem generator dahinter eben der wagen für die die holzstämme eben auch mit frischen holzstämmen und ja dahinter eben der personenwagen um eben die arbeiter transportieren zu können und eben auch ihre werkzeuge jo das set inkludiert den zug die brücke und drei minifiguren die die brücke ist gleich gebogen auf den bildern sieht wird etwas über 90 zentimeter lang werden und 25 zentimeter hoch der train der zug selber wird ca 75 zentimeter betragen ich bin echt schon gespannt schauen auf jeden fall schaut auf jeden fall sehr interessant dass auf den bildern jo das ist einmal das erste set kommen wir jetzt zum zum set nummer zwei die ocean house vom designer henvess hat 487 unterschiedliche teile eine gesamtteile anzahl von 2157 teilen in 40 farben sticker steht hier nicht dabei das heißt ich nehme mal an dass keine dabei sein werden man sieht ja auf den bildern schön dass es wirklich so eine kleine seehütte ist mit einem so einem ja transportkran einen kleinen also eben um güter vom schiff aufs dock zu heben oder umgekehrt wir haben ein kleines boot dabei wir haben einen eine kleine ein kleines so ein wagerl zum hinterherziehen keine ahnung wie der fachbegriff jetzt heißt könnt ihr mal gerne in die kommentare reinschreiben ähm sieht auf jeden fall sehr nett aus es dürften auch minifiguren dabei sein auch das haus innen ist designt also man hat hier einen kleinen ästisch und wie typisch das dürfte eher so im chinesischen aber oder asiatischen raum äh beheimatet sein und da ist ganz typisch dass hier keine wirklichen sesseln da sind sondern dass im prinzip polster sind wo man dann eben mehr oder weniger am boden sitzt ähm eine kleine küche dürfte angedeutet sein ja also auch das sieht sehr nett aus ähm es ist auch ähm eine ja eine kleine story dahinter die der designer ähm hier auf bricklink selber äh geschrieben hat ähm ja also auch das schaut auf jeden fall sehr sehr interessant aus ja wir können auf jeden fall gespannt sein set nummer drei wer jetzt irgendwie ähnlichkeiten zu kleinen blauen kindheitstagen figuren hat mit weißen mützen ja das liegt durchaus relativ nahe das sollte hallo moritz nein das set heißt nicht hallo moritz das sollte ein mushroom house also ein pilzhaus von jonas kramm ähm ähnlichkeiten also nicht so direkt aber pilzhäuser woher kennt man die natürlich von den schlümpfen vollkommen klar da sind eigentlich nicht schlümpfe sondern da sind normale minifiguren dabei aber äh es dürften wirklich mini menschen sein weil man hat hier auch eine schnecke die als reittier verwendet wird ähm und das ganze ist eben ein kleines pilzhäuser auch das finde ich extrem süß gemacht 385 unterschiedliche teile insgesamt 943 teile in 40 farben auch hier ist nichts erwähnt von wegen sticker also auch da entweder ist nichts dabei äh oder es sind prinz ähm drei minifiguren genau 19 cm hoch ist das äh haus selber das ist das haupthaus ja innen drinnen sind zwei ebenen äh am erdgeschoss ist die küche ein feuerplatz und äh wohnraum ein zweiter äh stock kann äh erreicht werden indem man über die blätter hinauf klettert dort ist ein bett und ein kleiner tisch um briefe zu schreiben ist im prinzip ein kleines arbeitszimmer also auch das schaut auf jeden fall sehr sehr spannend aus ja für kinder ein super spielzeug würde ich sagen spielset jo dann kommen wir zu set nummero vier das ist das was mich mehr oder wie gerne am meisten interessiert von den fünf die brick cross train station vom brick and stone ähm also wie es der name schon sagt eine ein Bahnhof äh mit Schienen also jetzt nicht ewig lange sondern wirklich in Bahnhofslänge auf der Rückseite des Bahnhofs das heißt wenn man da sich vielleicht auch noch den Zug also das erste Set sich holt kann man die beiden natürlich auch wunderbar kombinieren ähm wir haben hier 598 unterschiedliche Teile insgesamt sind es 3034 und damit das momentan teilreichste von diesen fünf Sets in 34 Farben und hier ja hier sind 14 Sticker dabei ähm klar äh die ganzen Namensplaketten brick cross äh die Jahreszahl 1958 was man hier sieht beziehungsweise ähm die die der Fahrplan der ausgehängt ist das dürften alles Sticker sein aber auch hier ist es so dass es also das dürfte wirklich ein modulares Gebäude sein man kann Teile des Gebäudes öffnen beziehungsweise abheben das Dach beziehungsweise vom Nebengebäude also auch das ist echt echt interessant ähm der Designer hat auch ein kleines Video hinterlegt das könnt ihr euch anschauen ich verlinke euch sowieso die Designer also die 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 Seite vom Designer Programm unten in der Beschreibung ähm jo also das ist echt das was mich am meisten reizt ihr wisst ich mag Modulas und das schaut echt echt cool aus auch schön gefließt im Inneren schöne Details eingefangen also das macht auf jeden Fall was her jo und damit kommen wir auch schon zu Set Nummer 5 dem letzten Finalisten die Omelas Isle von Chazel Grass 670 unterschiedliche Teile 2773 Gesamt in 43 Farben hier auch keine Eingabe von Stickern auch hier ist ein Video verfügbar also im Prinzip so eine kleine Pirateninsel ähm jo schaut echt cool aus und man kann sie wirklich mehr oder weniger frei konfigurieren ob das jetzt eine große Hauptinsel ist mit drei kleinen Inselchen wo einfach eine Palme drauf steht oder ob man die Hauptinsel etwas kleiner macht mit Brücken mit den anderen verbindet da kann man wirklich variieren also das ist wirklich sehr sehr variabel designt finde ich echt cool es sind mehrere Minifiguren dabei wie viele wie viele hat er jetzt nicht hinzugeschrieben haben wir da irgendwo ein Bild wo das ersichtlich ist nicht wirklich aber ich nehme mal an das dürften so fünf oder sechs Minifiguren werden die weil sehr dabei sind auf einem Bild sieht man fünf unterschiedliche also gehe ich einmal davon aus also auch das ja mehr eine Piratenstadt oder Pirateninsel sich baut optimal dafür gedacht geeignet finde ich echt cool sind wirklich fünf schöne Finalisten wir können gespannt sein wie dann die letztendlichen Sets aussehen wenn sie im Groundfunding lernen wie weit die da überarbeitet worden sind jo und jo Series 3 ist auch schon in Planung beziehungsweise äh 25 Tage hat man noch Zeit um für die Series 3 Designs einreichen zu können also bis inklusive äh 29 September beziehungsweise in 25 Tagen sorry in 25 Tagen startet der Einreichungszeitpunkt am 18 September und rennt dann bis 29 September in der Zeit kann man hier ähm Designs einreichen jo und wir können gespannt sein und das soll es auch für heute schon wieder gewesen sein Moritz wird weiter Mützeln Gehme Zwerg ich zieh mich jetzt auch zurück es ist echt warm hier mal schauen wie das Wetter weiter wird ansonsten wir sehen uns im nächsten Video im nächsten Livestream oder auf einer der kommenden Ausstellungen und bis dahin habt eine wunderschöne Zeit und bleibt unserer Community treu Euer Brick Fan Jena Mal hic f wie fake f Untertitelung des ZDF, 2020